Jemand will mit mir handeln in einer neuen Folge Stellaris. Hallo Basti. Hallo Dennis. Wer möchte denn mit dir handeln? Die Tiel-Communality. Ich weiß eigentlich nicht, wo die sind. Warte mal, ich muss immer nochmal gucken. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Wo seid ihr? Was seid ihr? Das sind, achso, das sind die großen braunen nördlich von dir. Okay. Ja, hab ich jetzt kein so großes Problem mit, wenn die mit mir handeln wollen. Was wollen die denn haben? Das Garantium-Erz. Von mir aus, wenn sie mir Minnereien dafür geben, dann kann ich nämlich mehr. Na, wer wird's erraten? Wer wird's erraten? Eieieiei, mehr Habitate bauen. Genau. Ihr habt's verstanden. Habitate. Genau die. Dummerweise habe ich gerade nicht genug Einfluss. Da braucht man ja 200 für so ein Habitat. Ich habe nur 140, also muss man kurz warten. Aber das ist ja kein Problem. Denn hier werden ja gerade zwei Habitate, sind ja gerade schon im Bau. Also hier ist, äh, hier geht's weiter voran, ja, in der Habitate, ähm, Ecke. Das ist gut. Habitate für alle. Da müsste ich auch langsam so 10 Stück haben oder so. Ihr seht ja, meine Ressourcen sehen auch ganz gut aus. 420, 419 Mineralien plus und 253 Energie plus pro Monat. Ähm, das heißt, ich, ich hab auch ungefähr hier 40.000, beziehungsweise fast 50.000 Speicher bei beidem. Das heißt, ich kann eine ganze Menge ansparen, um mir eine große Flotte zu leisten. Das werde ich dann demnächst auch machen müssen. Finde ich gut. Ähm, die Frage ist jetzt sozusagen mittelfristig strategisch, wie wir vorgehen wollen. Weil wir haben ja jetzt als großen Feind, äh, hinten hier die, äh, die, die, die Endgame-Krise, die Scourge. Die Praetorien-Scourge. Die sich ja nun wirklich mit riesigen Flotten hier durch die Gegend bewegt. 70.000er, 60.000er, 80.000er Flotten. Äh, zum Teil auch mal eine kleinere, aber eher selten. Ähm, ne, sind alle eigentlich 70.000, mindestens. Ist die Frage, äh, die können wir natürlich jetzt noch nicht irgendwie besiegen. Das ist klar, wir sind beide zu schwach, wir haben beide keine großen Flotten. Ähm, und vor allen Dingen sind wir ja auch untertan von den Insekten. Ähm, jetzt wäre die Frage, ob es Sinn machen würde, sich zu befreien aus dieser Untertanenschaft der Insekten irgendwann. Weil so lange können wir ja nicht viel machen. Oder ob es Sinn macht, da drin zu bleiben und uns weiter aufzubauen, sozusagen. Also, ich würde da drin bleiben und weiter aufbauen, erst mal. Ja. Weil die, die Insekten da oben, ich meine, da kommen wir ja eh nicht hin. Also, wenn wir jetzt den Krieger klären würden. Ja, brauchst du ja ewig. Dann würden die uns die ganzen Grenzen verschließen, also wir kommen ja eh nicht durch. Ja, das stimmt. Ähm. Ja, vor allem genau, weil die... Die werden ja dadurch ja auch immer schwächer und irgendwann sind sie so schwach, denn... Dass wir uns befreien können. Und dann wird, wäre nämlich, dann möchte ich gerne stark genug sein, dass ich die Allianz hier neben uns angreifen kann. Weil die besteht aus vier Völkern. Ähm, diese braunen sozusagen, ne? Also die bei uns um uns beide so rum sind. Ähm. Weil die müssten wir dann sozusagen als nächstes uns schnappen. Oder die kleinen blauen, die es hier um uns rum noch gibt, die jetzt auch Teil sind. Also die müssen wir sowieso eigentlich uns einverleiben. Die sind ja auch alle Teil von dem Insektenreich sozusagen, weil sie auch alle übernommen wurden. So wie wir. Alle, die jetzt so hellblau sind. Äh, zum Beispiel mir sind das hier die Larongo Star Realm. Und zwischen uns sind natürlich noch die Überreste irgendwie da von den, äh, Hanati. Und nördlich von dir ist noch das bisschen Xanati. Ne, Xanir-Confederation und so. Die müssen wir uns eigentlich auch alle schnappen. Weil das sind alles wertvolle Ressourcen. Ich denke da mittlerweile schon gar nicht mehr, äh, mit, mit Völkern und Menschen. Das sind alles nur noch Ressourcen. Weißt du, diese, das ist ein, es ist ein System mehr, in dem wir wiederum, äh, erwirtschaften können. Ne, Habitate bauen und, äh, Raumstationen und so weiter. Und das, ähm, ist halt wichtig, dass wir das nutzen. Äh, dieser Befehl wird schon ausgeführt. Okay, sehr gut. So, kann ich denn jetzt mal hier neues Dings bauen? Ja, kann ich. Sehr gut. Dann baue ich ein weiteres Habitat. Oh, komm. Der Monat ist in 10 Tagen vorbei, dann kann ich's bauen. Schnell, 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 schnell. Es fehlen. So, so, jetzt. Wie sieht denn das hier jetzt mal aus? Mal weiter. Ja, die fressen sich halt schön weiter durch. Ja, du behältst das mal ein bisschen im Blick. Ich hab da, ich muss mich grad um, um, äh, irgendwie fünf Habitate gleichzeitig kümmern. Aha, guck mal hier. Die werden schon ausgebaut. Unterhaltsschiffe um 10% reduzieren, das ist doch mal eine sehr gute Tradition. Das bringt momentan nicht viel, weil ich kaum Schiffe hab. Aber, das wird richtig viel bringen, wenn ich wieder ordentlich Schiffe baue. Irgendwer ist gestorben. Wohlwollendes Bündnis. Dynastie Union of Jaros Prime ist der Föderation Wohlwollendes Bündnis beigetreten. Was ist denn das Wohlwollende Bündnis? Wer sind denn die? Äh, das wollte ich gerade gucken. Wohlwobar, die bestehen aus drei Faktionen. Drogasa und die Dynastie Union of Jaros Prime und die Wohlwobars. Wo sind die denn alle? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ich hab immer nicht bei diesen komischen Namen. Das sind die Roten da links. Das ist dieses rote Fleck da oben links im Westen. Plus die, äh, die bei dir sind. Die Drogasa da, die Republik of Drogasa. Die Roten, die direkt links neben dir sind. Das ist der dritte. Okay. Friedensangebot. Das ist der gestorben. Uh, ich hab gleich die zionische Theorie erforscht. Ah, dann kannst du ja weiter in Richtung Aufstieg dich bewegen. Das ist ja grundsätzlich schon mal ganz gut. Und verschwind dich einfach von der, dann steig ich einfach auf. Ja. Ich bin weg von der Galaxie. Tschüss ihr Deppen, ich bin weg. Man sieht sich. Jaja, so machst du das. Und lässt mich hier ganz alleine. Ist zwar wieder typisch. In den. Typisch ist das. In den Volldepot. Ja. Du bist dann einfach ganz woanders. So mag ich das, so mag ich das. So, okay, was kann ich jetzt? So, ich baue mal gerade noch ein bisschen meine Schiffswerften aus. Die ist da oben. Da brauche ich keine Verteidigung. Das heißt, hier kann ich einen Handelsknoten auch noch bauen. Ähm, Ressourcensilo. Ich brauche auch noch ein paar mehr Ressourcensilos, weil ich gerne möglichst viele Ressourcen auf dem Konto haben möchte, bevor ich um den Krieg anfange oder sowas. Ähm. Hier noch zwei Ankerplätze, dann. Oh, ich habe keine Nahrung mehr. Wieso habe ich keine Nahrung mehr? Äh. Was da jetzt passiert? Muss ich gleich mal gucken. Äh. Das ist schlecht. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen doof. Also zwei Monate habe ich noch Nahrung, dann ist es weg, äh, aber ich kriege das schon wieder hin. Ich muss ja nur die Handelsverträge kündigen, wo ich Nahrung eintausche gegen Mineralien oder sowas. Ähm, irritiert mich jetzt gerade, habe ich irgendeinem Handelsvertrag aus Versehen zugestimmt, wo ich irgendwie Nahrung abgebe oder so? Das kann höchstens sein. Ich gucke mal, wir möchten unseren Ressourcenhandel beenden. Welchen habe ich denn mit denen? Ja, das war einer mit Nahrung und beendet. Fertig. Problem gelöst. Ähm. Ja, habe ich jetzt nicht gemerkt, dass ich zu wenig Nahrung produziere. Muss ich mal wieder manuell ein bisschen gucken, dass hier mal ein bisschen Nahrung auch gebaut wird auf den Planeten. Ich gehe mal kurz die Planeten durch. Hier wird relativ viel Nahrung produziert. Hier wird gar keine fast produziert. Da wird ein bisschen, da wird gerade kolonisiert. Hier sind noch ein paar Flächen frei. Dann ist das jetzt mal der Nahrungsplanet. Und dann kriegt der jetzt einfach mal, ähm, mittlerweile so viele coole Gebäude, die ich bauen kann. Dann kriegt der jetzt trotzdem mal hier zwei Hydrokulturfarben, einfach um mal wieder ein bisschen Nahrung aufzubauen. Oder drei sogar. Keine Schaden. So. Hier können wir das gleiche machen. Hier können wir auch nochmal eine Hydrokulturfarben bauen. Hier kommt noch was mit Mineralien hin. Und dann läuft das. So. Hier unterstütze ich noch ein bisschen beim Ausbau. Helfe ich ja den Sektoren gerne. Alter, hier ist echt eine 93.000er-Führte. Ja, drüben bei den Typen, ne? Bei den Invasoren, die haben da sowas. Aber macht dir keine Sorgen. Haben wir auch irgendwann. Und dann geht's richtig zur Sache. Wie krass, dass die Schiffe von denen einfach zu allen zählen, ne? Die haben Schiffsminifikationen drin. Für alle Schiffsklassen in einem Schiff. Für einen Corvette, Zerstörer, Kreuzer, Startschiff, sogar für einen Titan. Durch die Titan-Verbesserung haben die mal 4.000 mehr Läden. Ja, ich seh schon, das ist... Die haben einfach alles am Start, was es gibt. Und dann auch noch unterhalb minus 5%. Das heißt, die zahlen nicht mal was dafür. Nein, also 5% weniger. Das ist gemein. Das ist gemein. Aber das Krasse ist halt, dass ein Schiff von denen halt quasi alles ist. Ja. Also wir können ja in Titan, glaube ich, nicht eine Corvette-Verbesserung reinpacken. Natürlich nicht, nee. Titanen gehören Titanen-Verbesserungen rein. Ja, und die packen halt in ein Schiff einfach alles rein. Schweinehunde. So, jetzt erforsche ich das. Dann habe ich nämlich mehr Speicherkapazitäten hier. Klimawiederherstellung, ökologische Anpassung. Oder erstmal den Alien-Zoo. Erstmal, wir sind gerade... Ich würde gerne mal wissen, was du... ...eine Brutmutter hat. Musst du dir angucken, was die hat? Möchte ich das wissen? Nein, natürlich nicht. Wo wird denn das Ding gebaut? Da wird's gebaut. So. Ich hätte jetzt aber gerne auch, bevor ich meine nächste Flotte aufbaue, hätte ich gerne auch die Titanen eigentlich. Das ist die Frage, wie ich da schnellstmöglich hinkomme, forschungstechnisch. Das ist nicht so einfach. Ähm... Ach, klar. Erforschung der Sterne. Erkundungsgeschwindigkeit. Naja, das brauchen wir nicht. Aber ich habe ja schon die Bildungskampagne, ne? Ne, das ist Anführerzuwachs. Wo wären denn die Forschungsgelder? Hier wären Forschungsgelder. Kostet 170 Einfluss. Muss ich mir dann vielleicht demnächst mal leisten. Statt einem Habitat. Lieber mal mehr Forschung haben. So, Energie habe ich relativ viel. Boah, sehen die hässlich aus. Das sagen die auch über dich. Und? Weiß ich nicht. Kann ja sein, dass es dich stört. Manchmal haben die Leute ja was dagegen, wenn man sie hässlich nennt. Was passiert denn, wenn ich euch jetzt Energie-Credits gegen Forschung gebe? Sofortiger Transfer von... Okay, ihr mögt keine Energie. Das ist ja traurig. Mögt ihr wenigstens Forschung? Ja, mögt ihr. Boah, die sind jetzt schon in Jiri-Basis-Tem und fressen sich dadurch. Ja, die sind nicht so langsam. Das stimmt schon. Das ist hier dieser graue Flatsch... Graue... Graune. Oh, ich wollte braun und grau gleichzeitig sagen. Dieser graue Flatsch hier oben. Die sind jetzt schon halb so groß ungefähr. Naja, halb so groß circa wie du. Also, das geht doch relativ schnell. Aber wir kriegen das schon noch hin. Mach dir mal keine Sorgen. Ich bin der hier, der für die Motivation dabei ist. Ein Handelsunternehmen... Also, so ein Handels-KI wurde gerade aufgefressen. Ja. Ja, einer der Händler wurde gerade gekillt. Mit dem habe ich auch einen Vertrag gehabt. Ich denke, deswegen habe ich jetzt plötzlich weniger Mineralien, weil ich da irgendwie Energie gegen Mineralien gehandelt habe. Mit dem. Okay. Wir machen jetzt in siebener Schritten vorwärts sieben Systeme gleichzeitig. Ja, geil. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt geil nennen würde, aber es ist beunruhigend, ist das richtige Wort. Ja, ich habe ein neues Habitat hingeklatscht. So, ich habe gerade zwei neue Habitate gleichzeitig besiedelt. Das läuft also. Jetzt wüsste ich aber wirklich gerne, wie ich... Als nächstes hinkomme zu dem Titan. Ich weiß nicht genau, welche Technologien ich brauche oder so. Ich weiß nicht, was man dafür braucht. Das finde ich ein bisschen schade, dass es keinen irgendwie Forschungsbaum gibt, weil es gibt ja einen Forschungsbaum im Spiel. Man braucht ja bestimmte Forschungen, um andere freizuschalten und so. Ja, aber die werden ja trotzdem zufällig gewürfelt, ne? Ja gut, aber du brauchst ja schon immer drei oder vier Forschungen. Also, ist ja okay, dass es irgendwie zufällig ist, aber dann kann es ja für das Spiel dann angezeigt werden. Also, ich meine, die Forscher, die tun ja fast so, als wären meine Forscher hier in dem Spiel so doof, dass sie nicht absehen könnten, dass wenn sie jetzt das und das erforschen, dass sie dann größere Raumschiffe bauen können. Das kriegen die schon gebacken, den Gedanken. Also, das kriegen ja richtige Forscher auch hin. So, deswegen finde ich es so ein bisschen schade, dass man sich das jetzt nicht anzeigen lassen kann. Weil dann wüsste ich ein bisschen besser, was ich nehme. Also, wenn die Insekten das System einnehmen, haben die Zugriff auf ein natürliches Wurmloch. Geil, wo geht's hin? Ich hoffe nicht auf unsers. Ich glaube aber, unser natürliches Wurmloch führte irgendwo mittig hier rein, nicht so da an den Rand. Das führte doch da zu dem... Zu dem Karnat, ne? Zum Karn. In die Richtung irgendwo. Ja, irgendwie so, genau. Ich weiß nicht mehr. Warte mal, ich klicke mal drauf. Da kommt man ja, glaube ich, dann dahin. Ja, das führt ins Be-Cool-System. Das ist eher so südwestlich. Das ist eher da, wo das Karnat vorhin war. Und wo jetzt eher unsere Herrscher sind. Bisschen östlich von denen. Also, da müssen wir uns jetzt noch nicht so direkt Sorgen machen. Aber doof ist natürlich trotzdem, wenn die Wurmlöcher da irgendwie haben. So, was kann ich denn hier noch machen? Ich kann noch ein paar Anker... Wo ist denn die Station? Ich will natürlich möglichst Station am Rand. Wobei, die ist... Nö, die kann noch zwei Ankerplätze vertragen. Kann ja hier nochmal eine Hydrokultur-Farm reinbauen. Ähm, was ich machen wollte, stimmt. Das hatte ich völlig vergessen. Ich wollte ja die Station hier richtig massiv ausbauen. Ähm, die Station in dem System mit dem natürlichen Wurmloch, dass da wenigstens schon mal eine starkest mögliche Raumstation drin ist. Um halt irgendwie geartet zu verteidigen. Wenn da jemand durchs Wurmloch kommt. Ich baue im Pite-System gerade die Festung massiv aus. Das ist sehr gut. Weil das ist einer der wenigen Zugriffspunkte, wo man da zu mir reinkommen kann. Ja. Ja, das ist ja... Du hast ja wirklich, ich sag mal, Glück im Unglück. Du hast ja nach Norden, hast ja nur genau ein System, wo die Leute durchkommen müssen. Nämlich Pite. Ne, in Reganus, da kommen sie auch durch. In Reganus. Achso, nein, das ist aber schon wieder im Westen. Also ich meinte jetzt wirklich da ganz oben. Achso, ja, gut. Das ist ja schon wieder ein ganzes Stück weg. Also wenn ich mir angucke, bei mir kommt man an 15... in Systemen oder so bei mir rein. Also ich brauche da gar nichts absichern, weil... Das bringt sowieso nichts. Okay, die... Unsere Herrscher haben, äh... Mit irgendjemandem Frieden geschlossen. Welche sind das noch gleich? Die Braunen da. Okay. Das ist... Ist das gut oder ist das schlecht? Warte mal. Die Braunen, die sind ja total gefährdet durch die Invasoren. Und... Weil die da auch im Norden sind. Hm. Weiß jetzt nicht, ob das was Gutes ist. Na gut, dann haben die vielleicht mehr Zeit, sich gegen die Invasoren auch zu stellen. Sollen sie mal machen. Ähm, so, dann mache ich jetzt mal wieder Bildungskampagne, Recyclingkampagne und Gesundheitskampagne. Sehr gut. Und... Oh, was ist passiert? Eingehen. Wir möchten die Vereinbarung gerne fortführen. 10% Forschungsgeschwindigkeit. Ja, bitte. Die nehme ich doch gern. Hast du eigentlich auch diese Verträge mit den, äh... Kuratoren und so, dass die dich in der Forschung unterstützen? Die kostet... Es kostet nur Energie. Das ist relativ praktisch. Es kostet 5000 Energie, glaube ich, alle 10 Jahre oder so. Und, äh, dafür kriegst du 10% mehr Forschungsgeschwindigkeit. Hm. Das ist ganz geil. Ich kann jetzt meisterhafter Bauer erlernen. Dadurch kriege ich... Also als Aufstiegsvorteil. Aufstiegsvorteil, ja. Dadurch kriege ich die Technologieforschungsoption Megabauwesen. Ja, das solltest du machen, würde ich mal sagen. Ich kann aber auch... Jetzt kommt's. ...verstand über Materie jetzt freischalten. Erhält technologische Forschungsoptionen im Baumtelepathie. Ja, okay, das ist natürlich für dich, du wolltest das ja machen, wieder mal. Aufsteigen. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen vorhatte, ehrlich gesagt. Ich hab's vergessen. Na, äh, vor zwei, drei Folgen hast du noch gesagt, so. Och, warum eigentlich nicht da auch mal wieder... Ja, wegen diesen telepathischen Soldaten, genau. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Warum nicht in die Richtung gehen, so könnte man ja machen. Aber Megabauwesen würden mir helfen, mehr Ressourcen auf Dauer zu kriegen. Du hast halt tatsächlich diesen großen Nachteil mit dem Planeten. Und deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlecht, da mal noch irgendwo eine Dyson-Sphäre hinzusetzen oder eine Ringwelt oder sowas. Ach so, das ist jetzt stufenweise kacke. Ich brauch das. Okay, du musst jetzt Aufstiegsvorteil meist auf der Erbauer machen, um Technologieforschungssatz zum Megabauwesen zu kriegen. Um damit wiederum galaktisches Wunder freizuschauen. Genau, das brauchst du alles. Deswegen muss man da relativ lange vorausplanen, sozusagen. Und bei dem anderen Verstand über Materie, den kann ich Transistenz... Technologiestufe ebenbürtig. Äh, ablehnen. Hier wollte mir gerade einer Forschungsabkommen andrehen, wo ich aber 3000 Minereien zahlen soll, obwohl der mir ebenbürtig ist, technologisch. Also, da habe ich nicht viel von. Naja, lassen wir das. Na, was machst du jetzt? Verdammt. Da weiß er wieder nicht, was er machen soll. Wüsste ich jetzt auch nicht. Weiß ich jetzt gerade echt nicht. Das ist beides vorteilhaft. Ich erforsche aber meist auf der Erbauer. Ja. Mal so eine schöne Dyson-Sphäre irgendwo hinstellen, irgendwann ist doch auch was Feines. Hoffe ich. Ist doch was Feines. Ja, da haben wir dann wenigstens richtig was von. Da kriegst du ja dann 1000 Energie raus, wenn das Ding fertig ist. Und, äh, also erst 250, dann 500, dann irgendwann 1000. Und, ähm, das lohnt sich dann richtig. 1000 Energie, dann kann man ja ganz viele andere Sachen, äh, von Energie auf Minereien zum Beispiel umstellen. Und hat dann einfach viel mehr Ressourcen. Das ist schon ganz praktisch. Mhm. Ähm. Aber da musste man jetzt echt erst mal überlegen. Musste man überlegen. Beides extrem. Das ist beides nicht schlecht, das stimmt. So, gut. Würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Ich hab irgendwie hier ganz viele, was sind denn das eigentlich für komische Leute, die hier bei mir rumfliegen. Ich hab hier irgendwie 70.000er Flotten von irgendwelchen fremden Leuten, die bei mir rumfliegen. Vielleicht sollte ich denen mal irgendwie den, die Grenze schließen, ehrlich gesagt. Find ich das nicht so geil. Ich mein, mit denen bin ich jetzt nicht feindlich oder so. Aber die Thiel, die sind meine Nachbarn, aber trotzdem müssen die nicht mit ihren 70.000er Flotten bei mir durchfliegen. Ach, toll. Untertan, die sind... Schließt die Grenzen? Keinig. Kein Zugang. Ich darf den nicht schließen, die Grenze. Ist ja geil. Hm. Gehören die zu uns eigentlich? Müssten ja dann dementsprechend... Kann sein, wenn du die nicht schließt. Weil dann kann ich's, dann macht das ja Sinn, ne? Also, Thiel, welche sind denn das? Das sind die anderen, die... Das sind hier die Nachbarn. Die gehören aber garantiert nicht zu uns. Wieso darf ich denen? Darf ich denen wenigstens die Grenze schließen? Auch nicht. Ich darf überhaupt nichts mehr machen, ey. Mann! Scheiß Insekten. Äh, liebe, nette Insekten. Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, da sammelt sich eine neue Flotte. Ich hab auch vergessen, mein Dings auszubauen. Mein Habitat. Ah, ich bin so vergesslich. Und die Insekten frühstücken die Flotten wieder auf? So muss es sein. So und wie anders. Die haben ihren Spaß. Naja, das ist doch wichtig, dass sie ihren Spaß haben. Das ist das Allerwichtigste. So. Die haben echt keine Chance aktuell. Ach, keiner hat eine Chance gegen die. Das ist das Problem. Doch. Und die Person, die eine Chance hat, tut halt einfach nichts. Ja, tut mir leid. Ich hab grad andere Sachen zu tun. Wer redet von dir? Ach so, ich dachte. Mannu. Ja, die doofen Insekten machen halt nichts. Und auch alle anderen nicht. Mannu. Aber das Problem, dass niemand irgendwas tut, was man, wenn man will, dass es richtig gemacht wird, muss man es selber machen. Genau das sehen wir hier. Und das sehen wir auch nächste Folge wahrscheinlich wieder. Weißt du, Laris? Wir müssen noch dazu sagen, es ist jetzt mittlerweile schon der neue Patch rausgekommen und der neue DLC. Wir spielen jetzt hier bewusst noch die alte Version weiter, weil wir schon noch ganz gern sehen wollten, was das hier noch wird mit dieser Endgame-Geschichte. Ich glaube, so weit waren wir noch bei keiner Staffel so richtig, oder? So einmal bei der vorletzten oder so waren wir ähnlich weit. Also auch so im Endgame. Einmal wurden wir besiegt. Einmal wurden wir besiegt, das stimmt. Aber einmal hatten wir auch schon, das war aber noch die alte, natürlich die alte Version von Solaris, wo noch die ganzen Größenverhältnisse anders waren, die Flottengrößen und so. Da hatte ich dann auch schon mal eine Hunderttausender Flotte oder sowas. Das war, glaube ich, die vierte Staffel. Aber ich würde schon sagen, wir sind jetzt im Endgame wieder mal von so einem Spiel und wir sind zumindest so weit, wie wir es bisher selten waren. Ich würde also schon ganz gern noch sehen, wie wir jetzt hier noch weiterkommen. Deswegen spielen wir noch ein bisschen bewusst in der alten Version weiter. Aber wir wollen euch natürlich dann auch irgendwann die neue DLC und so zeigen. Aber das hat ja vielleicht auch noch ein paar Tage Zeit. Genau. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.